Hallo Leute und Willkommen zurück bei LeoCraft. Ich habe hier kein Internet, wo ich aufnehme. Deswegen ist hier auch dieser Mädchen-Skin geladen. Aber ich denke, im normalen Spiel stellt es nicht. Ich habe die Strecke der Bunkerbahn fertig gebaut. Die rechte Seite habe ich gelassen, so wie sie war. Links geht es jetzt hier schon nach unten. Echt elegante Auffänge übrigens, finde ich. Dann hier über einen Bahnübergang, den wollen wir heute bauen. Und dann geht es hier hoch und mündet dann hier von rechts. Diese Weiche ist einfach nur optisch da. Also, dass es halbwegs schön aussieht. Funktion hat die Karte. Und, ja, auf dem Rückweg ist die Strecke gelassen worden. Und wir bauen jetzt heute diesen Bahnübergang. Und zwar in dem Tunnel zwischen dem Raum der Gezeiten. Also, Fleischfahm. Und dann mal öffnet. Da ist der Eingang zum Hauptlager. Ja, und dann da in dem langen Tunnel ist hier. Wir wollen heute irgendwie versuchen, ihn zu bauen. Und zwar brauchen wir dafür, was wir brauchen, gucken wir mal später. Wir brauchen auf jeden Fall hier eine Sensorschiene, die uns sagt, ob von hier ein Zug kommt. Das Signal wird dann am besten auf der rechten Seite abgenommen, ja. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal Quarzleitung für den Bahnübergang. So, durchgezogen wird das jetzt bis da, wo wir es brauchen. Und das hier. So, hier brauchen wir dann einen Kondensator. Und zwar einen von der nicht ganz so kleinen Sorte. Und zwar, ja, Kondensator zu bauen sollte eigentlich jeder kennen. Und dann entnehmen wir auch hier gleichzeitig unseren Output. Wir brauchen also Kolben. Und zwar klebriger. Die kommen hier dran. Bruchsteinmauer kommt hier hin. Auf die andere Seite machen wir genau das gleiche. Nur, dass wir hier ein kleines Problem haben. Jetzt habe ich ein klein, wenig größeres Problem, glaube ich mal. Oder? Ne, ich habe... Oh, das hätte ins Auge gehen können. Das war nicht so ganz geschickt. Gut. Untertitelung ab 20.04.2021 die dann auch irgendwie anzusteuern wird auch blöd das ist wirklich nichts passiert ist das Jahr dann können auch hier die Bruchsteinmäuerchen drauf und dann kann auch hier wieder alles zugemacht werden als nächstes brauchen wir eine Ansteuerung brauchen wir also drei Verstärker das muss hier abgetrennt werden so jetzt ist die Frage wo ist unsere Leitung für den Beginn hier ist die Sekunde hier ist die Sekunde gut dann geht das also nicht schade oh Mist vielleicht so besser nein so stärker für stärker für stärker wie bepaart war sowas am besten so so ich glaube das muss noch mal kurz abgerissen werden weil dann geht es deutlich einfacher dann kommt der nämlich schon hier hin die Sache ist jetzt wie führt man den am besten auf die andere Seite das ist jetzt so eine Sache wo man ein bisschen tüfteln muss wo kann man es durchführen so ersetzt kann ich hier mit Hilfe nicht nicht gut nicht gut nee das ist wird so ziemlich schwer wir so viel Technik in dieser Gegend nee anderer Seite geht auch nicht wir machen es jetzt die die dass die Unten durch, hier, so, und dann von hier aus. So. Also, das sollte jetzt so funktionieren, hoffe ich. Das heißt, wenn ich hier jetzt Strom drauf gebe, sollten beide Bahnübergangsseiten ausgefahren sein. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen da nix mehr, das ist so fertig. Und das funktioniert auch so. Ja, dann ist der Bahnübergang fertig, wir müssen auch alles wieder verschließen. Wahrscheinlich sind es was von so einem Fill-Command. Gut, die muss ich aber jetzt nicht fertig machen, sondern wir gehen rein, falls wir reingelassen werden. Ja, werden wir es jetzt freundlich, verschließen hier alles. Haben wir den Bahnübergang soweit jetzt schon mal fertig. Jetzt überlege ich noch, sollen wir hier Lampen anbringen? Hm, sinnvoll wär's, oder? Wenn man hier so Lampen anbringt, geht das? Kann man dann durchlaufen? Ja. Ja, doch, geht. Aber, nee, geht nicht. So geht es nicht. Allerdings könnte man, würde das so gehen? Nee. Aber ich hab ne Idee. Das könnte gehen. Und hier... Hm. Hier Lampen anzubringen, geht das? Auf die, äh, so technisch... Angestarrt wird, das ist ne andere Frage, aber... Nee. Nee, 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 es sollte eigentlich reichen. Der Tonnel ist ja auch nur drei hoch, also... Nee, so ein Bahnübergang sollte reichen. Ja, doch. Und der dann hochfährt... Man kann hier ein Schild an... Schild? Ja, ich bringe noch Schild. Schilder. Ach... Nun... Bahn... Ü... Ü... ...Bergang... Bunkerbahn... Kreuz... Ja... Kreuz... Kreuz... Gut. Bunker... Bunker... Bahn... Kreuz... Das sieht doch gut aus. Achtung, Bahnübergang, Bunker, Bahn, Kreuz... Wenn man diese Lampe dann noch ein- oder ausschalten könnte... Werde es doch... saugt. So, also... 1... 4... 5... 6... 7... Auf dem 7. Nicht... Auf dem 8. 9. 10. Dann kann man das auch. 1... 1... 2... 1... 2... 2... 3... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 3... 4... 3... 4... 4... 6... 6... So, da kommt jetzt hier ein-Schild. Dasselbe. selber abkürzt oder nicht ob sie mir das von der Fahne heraus das sieht doch gut aus wir haben den Bahnübergang gemacht ich würde sagen ich verabschiede mich von euch und sage tschüss bis zum nächsten mal leider auch noch wieder mit normalen skin das kann ich euch jetzt schon mal sagen macht's gut bis bald